hallo wie geht's denn so und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde battle wie er schon gesagt hat auf wieder in der ego ja wir wollen ja nicht dass es so weit kommt da hinten ist ein läufer so wo brennt es denn bei a natürlich bin ich wieder erster wie sollte es auch sonst sein und da müssen wir zurückziehen und ja jetzt bin ich hier drin und da war keiner ist nur ig 11 wieder ich höre darf malguss ja komm ist gut 7 wäre es aber nicht so schlimm wenn ich sterbe wir müssen das mit dieses ding plack kriegen so und jetzt spielen wir jetzt mal an der loriana jedi skywalker wird nicht kommen dafür bin ich hier todesfroppler da sind aber viele ich muss überlegen ach das ist ja was ist das b stirbt ja da wird mit der kill wieder mal geklaut so das haben wir jetzt wird a eingenommen das heißt rüber zu a a wie a t st na wer bist denn du hier weg machen wo muss das jetzt heißt es rückzug in die basis so wie im film allein du niemals gewesen bist und dann einmal so oh gott das wird zu knapp wenn man kämpft erscheint einem das leben einfach wenn du das sagst ne du kommst hier nicht rein ich muss ein bisschen auf die den missionsrand achten oh oh das könnte mein ende sein doch nicht noch einmal so hallo und gesichert oh gott ich muss hier weg ich höre den savage da ist besser ruhe da auf den billigen plätzen da ist nun todesfroppler ja da hätte seinen namen alle irre machen können gerade aber wir konnten es abwehren oh 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 nein nicht gut mal kurz ausharren hier ein todesfroppler hier nicht der tot ist ah hier ist aber der sing wieder braucht ihr hier zufällig hilfe ich nehme das mal als ein ja jetzt mache ich einmal so die müssen näher kommen viel näher auch das lande ja Wir haben unser Ziel gefangen. Hilfbereiten! Ich kann jetzt stirben. Ich schätze, die Verstärkung können wir vergessen. Natürlich, Erster. Wie soll das auch sonst sein? Das klappt jetzt nämlich mal auf die andere Seite. Ah, jetzt kommt der neue Schwung an Gegnern. Ah, komm, schieß. Das ist mein Kill. Wie zur Hölle bin ich jetzt da gestorben? Ja, ja, gehen wir aus dem Weg. Das ist verbrannt. Komm schon, Malgus. Ich drück mal Malgus eine rein, oder auch nicht? Sondern eher mir. So, und dann spiel ich jetzt wieder den Mandalorianer Jedi. Oh, wo sind denn die Gegner? Da ist einer. Da war einer. Na, hier ist Aura Singh wieder. Boah, das war knapp. So, euch hole ich mir noch. Sehr gut. Eine Bilderbuchlandung. Dann würde ich sagen, war's das mit dieser Folge. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Diese Party ist vorbei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert und aktiviert die Glocke. Und denkt immer daran, die Macht wird mit euch sein. Immer.